Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, hallo meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung. Heute zum Thema Kinder und Sinn. Auch heute wieder eine ganz, glaube ich einmal, spannende Radiosendung. Ein sehr interessanter Studiogast bei mir hier in der Sendung, Birgit Teufelberger, Erziehungswissenschaftlerin, Psychotherapeutin. Und sie hat mir noch so gesagt, ich könnte dazu sagen, dass, ich würde es einmal sagen, ein Herz für Kinder. Aber also ganz, ganz speziell in diesem Feld Kinder- und Jugendlichentherapie schon sehr, sehr lange tätig. Also, ja, ich glaube, da können wir auf sehr viel Erfahrung einfach zurückblicken. Meine Damen und Herren, Sie können auch heute wieder hier in der Sendung anrufen. Vielleicht holen Sie Ihnen einen Bleistift, Kugelschreiber oder was auch immer und einen Zettel. Also, die Telefonnummer wäre 0512-58, Entschuldigung, falsch gesagt, 0512-56-02-91-11. Ich wiederhole noch einmal, 0512-56-02-91-11. Dann kommen Sie hier zu uns live ins Studio und können Sie gerne mitdiskutieren. Ja, wie Sie gewohnt sind, dass Sie sich ein bisschen ein Bild machen können vom heutigen Studiogast, auch wieder am Anfang der existenzielle Steckbrief. Ja, Name? Also, ich bin die Birgit Teufelberger. Geboren? Bin ich auch. Am 7. November 1968 in Vöcklerbruck. Okay, also ganz genau wissen wir es da. Aber das ist nicht so gedacht. Ja, man kann es genau sagen, muss aber nicht da, ja. Birgit, aufgewachsen? Bin ich, ja, in Vöcklerbruck. Bis zu meinem 15. Lebensjahr, glaube ich. Weil dann bin ich nach, habe ich die Schule gewechselt und bin nach Neymarkt am Wallersee gegangen. Also, dann habe ich nicht mehr zu Hause gewohnt. Und davor bin ich aufgewachsen mit meinen Eltern und mit meinem drei Jahre älteren Bruder. Birgit, was verbindest du mit deiner Kindheit? Was verbinde ich mit meiner Kindheit? Ich glaube, ich habe es im Großen und Ganzen ganz eine feine Kindheit gehabt. Also, ich bin so wohlbehütet, gutbürgerlich aufgewachsen mit allen Vor- und Nachteilen. Wobei, jetzt zurückblickend, glaube ich, habe ich viele Vorteile gehabt. Was ich mich so erinnere, ein Nachteil war, es hat immer so geheißen bei uns, wenn wir es also, auf den Ruf muss man achten. So, das habe ich mir so, dass ich es oft geheißen habe, das kann man ja nicht tun, wir haben ein Geschäft. Irgendwie so, das fällt mir ein. Wobei ich das Gefühl habe, ich habe jetzt nicht ganz viele Sachen getan. Oder ich hätte nicht viel getan, weil ich mir gedacht habe, das hätte jetzt irgendwie eine negative Wirkung auf die Familie oder auf das Geschäft. Aber meine Eltern oder vor allen Dingen meine Mutter, der war das immer ganz wichtig. Und dann, so nach der Kindheit? Also, dann bin ich in so eine Frauenberufsschule gegangen, und dieser Gnedelag heißt das da in Tirol, fünf Jahre. Das habe ich durchgedruckt dann schlussendlich und dann Matura gemacht. Das war einfach, das war herrlich, so das Gefühl zu haben, so jetzt gehört mir die Welt. Und dann bin ich nach Graz studieren gegangen, habe den ersten Abschnitt für Erziehungswissenschaften in Graz gemacht und dann habe ich nach Innsbruck gewechselt. Habe da dann fertig studiert. Ja, und dann, ein paar Jahre später, mit der psychotherapeutischen Ausbildung angefangen. Birgit, vielleicht zum Schluss so, was machst du denn gern? Ah, da gibt es viel, was ich gern mache. Also, ich bewege mich ganz gern, bin viel draußen in der freien Natur. Das bietet sie in Innsbruck auch an, irgendwie so in den Bergen oder im Sommer auch daheim, vielleicht am See, also in Oberösterreich. Ich bin gern mit meiner Family, also mit meinen Kindern. Ich habe zwei Kinder, die Rosa, die ist jetzt neun und der Simon ist siebzehn. Bin gern mit Leuten unterwegs. Das ist vielleicht das, was in der letzten Zeit ein bisschen leidet, also im Sinne von so Freundschaften zu pflegen oder Freunde zu treffen. Ist was, was ich sehr gern tue und was mir auch ganz wichtig ist, aber was in der letzten Zeit oft aufgrund des Zeitmangels vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Gehe ich gern ins Kino, Konzerte. Also ganz vielfältig interessiert. Ja. Birgit, du hast uns ja einiges an Musik mitgebracht. Was könnte man denn da jetzt spielen? Was würde denn da gut hinpassen? Was da jetzt gerade gut passt? Vielleicht da von der Annette Louisanne. Das ist von der CD, das ist chancenlos. Ja, was für eine Nummer wäre das? Das wäre die Dreiernummer. Okay. Ja dann, meine Damen und Herren, probieren wir, ob das geht. Meine Damen und Herren, zum heutigen Thema habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe da im Internet zum Beispiel ein Gedicht gefunden und das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Das Gedicht heißt Warum faszinieren uns Kinder, ihr Handeln und Tun? Und da steht so, weil sie ganz lebendig im Augenblick aufgehen, ohne belastende, sorgenvolle Gedanken an morgen. Sie brauchen sich nicht um Alltagsrealitäten zu kümmern. Wir spüren ihr Lebendigsein. Treffen wir einen ebensolchen Erwachsenen, bezeichnen wir ihn als Träumer, irrealistisch und weltfremd. Vielleicht hat er diese Kraft, sich ein Kind zu bewahren. Vielleicht weiß er, dass er sich nicht Sorgen braucht, weil für ihn gesorgt ist. Und ihr leidet am Verlust des kindlichen Urvertrauens, was euch jegliche Leichtigkeit nimmt. Dieses Gedicht ist geschrieben worden von der Irina Rautmann, 1958, eine deutsche Lyrikerin. Birgit, was sagst du dazu? Ja, das klingt schön. Ich muss mir das nochmal anschauen. Ich denke mir, schön wäre es, wenn es wirklich so wäre. Wie ist denn wirklich? Ich denke mir, bestenfalls ist es wirklich so, dass Kinder im Moment leben und sie irgendwie nicht sorgen müssen um Alltägliches oder irgendwie so, wie steht da, so ohne Gedanken an den nächsten Tag irgendwie sich freuen oder unbeschwert leben können. Und ich denke mir, das ist jetzt ein Stückchen auch geprägt durch meinen beruflichen Alltag, denke ich, weil ich halt schon ganz oft Kinder mitkriege, die sehr belastet sind und die nicht so unbeschwingt durchs Leben gehen. Und ich denke mir, logisch, Kinder, tendenziell haben das Kinder mehr als Erwachsene, das ist überhaupt keine Frage. Aber auch ganz zum Schluss geht es ja um diesen Verlust des kindlichen Urvertrauens. Also da denke ich auch, dieses Urvertrauen, das hat man ein Stückchen oder man hat es nicht. Und ich glaube, wenn man es hat, dann kann man es sich eher bewahren, dann im Erwachsenen sein. Während ich denke mir, wenn man es als Kind nicht hat, dann hat man es natürlich als Erwachsener schon dreimal nicht. Stimmt, weil das Gedicht, das geht davon aus, oder alle Kinder hätten dieses kindliche Urvertrauen. Genau. Und du gerade in deiner Praxis, so wie du zuerst gesagt hast, erlebst du ja immer wieder auch Kinder, die dieses Urvertrauen nicht haben. Genau. Oder den jetzt, ja. Wie lange bist du eigentlich generell schon in der Praxis mit Kindern, Jugendlichen tätig? Also als Psychotherapeutin tätig bin ich noch nicht so lange, weil du gesagt hast, schon so jahrelange Praxis, um noch ganz stimmt das jetzt nicht. Aber ich glaube ausschließlich in der Praxis bin ich jetzt seit fünf Jahren. Und habe schon vorher auch immer in diesem Kinder- und Jugendbereich gearbeitet, aber halt jetzt nicht rein therapeutisch. Ja. Aber wir kennen uns ja noch von der Zeit auch in der, zum Beispiel, einen Verein, der heißt der Euler, es gibt andere Vereine auch noch in diesem Gebiet. Und da warst du schon vor, das waren 14 Jahre, ist das her, oder? Das weiß ich gar nicht mehr, das ist schon lange, lange her. Nein, ich habe schon auch so während dem Studium angefangen, in diesem Kinderbereich zu arbeiten. Und für mich war das immer klar, dass ich da gerne bleiben möchte, also in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und habe halt dann in verschiedenen Institutionen in Innsbruck einfach gearbeitet, bis ich mich dann schlussendlich noch selbstständig gemacht habe. Was macht die Faszination dieses Bereiches für dich aus? Nein, ich denke, also ich denke mal, da muss ich sagen, dieses Bereich ist das, was mir an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so einen Spaß macht. Genau. Ich denke, es ist schon so ein Stückchen, diese Lebendigkeit, die da ist, auch wenn es oft nur so schwierig ist, aber wenn man so zu diesem Punkt kommt, wo irgendwie eine Freiheit da ist, weil eine Freiheit da ist, oder wo eine Kummer da ist, weil eine Kummer da ist, so dieses Unmittelbare ist etwas, was mir, glaube ich, schon, was mir einfach ganz gut liegt. Und vielleicht auch, weil es nicht so viel ums Reden geht. Okay. Da kann man einfach auch tun. Und ich denke mir, jetzt gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist es da ein Unterschied, oder? Da geht es ja ganz viel ums Spiel und um dieses gemeinsame Erleben und wie man so auf eine relativ leichte Art und Weise auch viel bewegen kann. Auf eine lustvolle Art und Weise. Das ist ja ganz spannend, dass wir jetzt dann eigentlich primär reden, oder? Radio heißt ja, es werden Töne, es wird Sprache übertragen, oder? Jetzt da bei dieser Sendung, oder? Wir haben zwar dazwischen eine Musik, wo vielleicht eine andere Leichtigkeit auch hineinkommt. Ansonsten haben wir diese Sprache, wo du sagst, okay, genau der Kinderbereich ist, da sind wir mal weg von der Sprache. Genau, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich ursprünglich schon einen Rückzieher machen wollte und eigentlich gar nicht kommen wollte. Ich dachte mir, bitte, bitte, was rede ich denn da? Aber da war es dann zu spät, da war ich schon angekündigt. Dann ist mir das nicht mehr gelungen. Genau. Ich denke mir, das ist so die Herausforderung vielleicht. Ja. Wie kann man vielleicht mit Sprache was Nichtsprachliches rüberkriegen? Es ist ja auch in der Arbeit mit Kindern nicht so, das ist natürlich auch Sprache, aber es ist irgendwie halt so ein Stück vielleicht weg vom Kopf und irgendwie so, es geht mehr in das, was sie tun, rein. Und was ich schon auch finde, so, wenn dadurch, dass Kinder einfach und Jugendliche noch in Entwicklung sind, habe ich das Gefühl, ist es oft so, wo man irgendwie auch oft schneller und leichter was bewirken kann, einfach weil es viel in Veränderung ist und da kann man oft so ein bisschen einen Anstoß geben und es passiert dann was und ich mir so ein bisschen denke, im Erwachsenenbereich ist das oft einfach schwieriger, weil da ist irgendwie schon oft so viel so eingespielt und so eingelaufen und da irgendwie so neue Bahnen zu schaffen und zu betreten, denke ich mir, ist da oft einfach ein bisschen schwieriger und mühsamer. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören, ich habe Ihnen, glaube ich, nicht so viel versprochen, sehr viel Erfahrung spricht da aus meinem Studiogast. Wenn Sie, wie gesagt, hier ein bisschen mitmischen wollen, rufen Sie an 0512 56 02 91 11. Birgit, was spielen wir denn? So, jetzt von der Iris T. Tanz mit dem Teufel. Tanz mit dem Teufel. Was passt überhaupt zu meinem Namen? Da fällt mir jetzt gerade auf. Genau, genau. Was für eine Nummer ist denn das? Die erste. Entschuldigung, die erste. Die erste. Okay. Also, Tanz mit dem Teufel für die Teufelberger Birgit. Meine Damen und Herren, Sie hören, der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirat 105,9, heute zum Thema Kinder und Sinn. Mein heutiger Studiogast, Birgit Teufelberger, Erziehungswissenschaftlerin, Psychotherapeutin mit sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet Kinder- und Jugendpsychotherapie. Birgit, wenn man so ein bisschen einschaut, zum Beispiel, was Anna freut zum Bereich Kinderpsychologie und Kinderpsychotherapie gesagt hat, dann hat die Folgendes gesagt, die hat gesagt, so der bedeutendste Unterschied zur Erwachsenentherapie besteht darin, und das ist die Frage, kann man das so sagen, dass wir bei einem Kind die Krankheitseinsicht vermischen, vermissen, jetzt hatte ich fast gesagt vermischen, okay, wäre auch die Frage, ob es vermischt wird. Weil das Zweite wäre auch nochmal so das, Kinder kommen nicht freiwillig in die Therapie, sondern werden oft geschickt von den Eltern, vielleicht kommt da eh ein bisschen das Vermischen mit herein. Würdest du da einer Freude zustimmen, oder hat es vielleicht dazu mal gepasst, das war so 65 und jetzt vielleicht so nicht mehr? Nein, das sage ich glaube ich so gar nicht. Also ich denke mir, die Kinder kommen logischerweise nie von sich oder aus sich heraus, weil die brauchen ja irgendwen, der einer sagt, man kann was tun und da kann man wo hingehen. Also so gesehen kommen sie nicht allein, aber ich denke, die haben schon oft einen Wunsch, also die haben oft einen Leidensdruck und den Wunsch, was zu verändern. Okay, also das ist sehr wohl da. Also nicht immer, aber ich denke mir, das ist bei Erwachsenen auch nicht immer, da würde ich glaube ich gar nicht so einen Unterschied machen. Also ich denke mir, ich kenne auch Erwachsene, die nicht ganz freiwillig in Therapie gehen. Genau, das kommt immer wieder vor. Die geschickt werden oder denen es angeraten wird, es zu tun. Also ich glaube, nein, muss ich sagen, wie gesagt, das kommt auch vor, aber in den meisten Fällen, sagen wir, ist das etwas, was sie schon auch wollen, weil sie auch einen Handlungsbedarf sehen. Das heißt, so der wesentliche Unterschied, so wie du sagst gesagt hast, so eigentlich so quasi die Zugänge oder die Methodik, je nachdem wie wir es nennen, so über diesen kreativen, bilderischen oder wie nennt man den Bereich, wo du sagst, so weg von der Sprache? Nein, ich sage jetzt so, das ins Handeln kommen und ins Tun kommen. Und ich meine, ich bin ja von der Methode her, jetzt vom Erwachsenenbereich, bin ja Psychodramatikerin und ein Psychodrama, das ist ja ein wesentlicher Teil, da geht es ja auch darum, in dieses Tun und ins Handeln zu kommen. Das unterscheidet sich so gesehen jetzt nicht einmal so wahnsinnig von der Arbeit mit Kindern, aber mit Kindern ist es halt viel leichter. Da denkt man so, das ist ja die Methode, die Wahl der Kinder oder die Entwicklungsmöglichkeit der Kinder im Spiel wird da sowieso viel auf symbolischer Ebene abgehandelt und abgearbeitet und bearbeitet. Und so gesehen ist das, das liegt so in der Natur der Sache oder in der Natur der Kinder ans Spielen zu gehen. Wenn jetzt mit dem Erwachsenen sagst, jetzt bringen wir das auf die Bühne, da schauen wir uns das an und schlupfen wir in verschiedene Rollen. Da ist ja oft so, die Hörer das schon sehr groß, das auch zu tun. Dann meistens ist es so, die Erwachsenen tun es ja dann auch gern. Aber so die Hemmschwelle ist einfach ganz andere. Und ich denke mal, bei Kindern geht das halt irgendwie ganz natürlich und dann schaut man und dann tut man und dann kann man vielleicht dann nochmal so mit Abstand draufschauen, was ist denn da so passiert. Das heißt, wir als Erwachsene haben gelernt, nicht mehr kindisch sein zu dürfen oder nicht mehr so in das Spiel primär hineinzugehen, sondern zuerst einmal logisch uns drüber… Genau, mit dem Kopf einmal dran zu gehen und zu überlegen schon und nicht und so. Dieses unmittelbare, intuitive, glaube ich, das ist uns schon so ein Stück weit abhandengekommen. Ja. Oder vielleicht die Sorge, was passiert denn da oder das hört ja noch drauf an uns da. Wer sieht oder wie schaut denn das aus oder so noch und Kinder tun es einfach, wenn sie Lust haben, das zu tun, dann machen sie es. Das heißt, die Sorge kommt bei Kindern nicht daher? Nein. Also du meinst jetzt die Sorge… Wer, wer sieht denn das, was tue ich denn da, darf ich das? Also im Spiel einmal nicht, sage ich das, nein. Und vielleicht eher, wenn es gerade einmal recht wild hergeht, irgendwie in einem wilden Kampf und man wird gebrüllt und geschrien, dass man dann das Gefühl hat, oh, darf ich das da überhaupt? Mhm. Oder mit der Schwimmnudel irgendwie wem auch nicht rüberziehen, wie es in den Kindergruppen oft einmal so ist. Ja. Oder wo es ja auch so ein Stück drum geht, so einmal der wilde Kämpfer zu sein und sein zu dürfen. Mhm. Also das heißt, wenn ich die richtig verstehe, da darf die Skizwörpel dann auch unter Anführungszeichen ungewohnte Rollen einmal einfach einnehmen und ausdrücken. Genau. Also zum Teil ungewohnte, ich denke mir jetzt gerade bei Jungs sind es ja oft sehr gewohnte Rollen, irgendwie so der starke zu sein und der wilde zu sein, aber halt in einem Rahmen, wo es auch erlaubt ist. Mhm. Jetzt unter Einhaltung von gewissen Regeln logischerweise. Mhm. Okay. Also das ist nicht jetzt regellos, ungezügelt, darf man alles machen, was man will? Nein, 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 in Gott's Namen. Also es ist immer klar, es ist nur Spiel und es ist nur so tun als ob und auch da gibt's Regeln, aber im Rahmen dieser Regeln ist dann viel möglich. Mhm. Tun als ob und führt dann aber doch irgendwie, ist ja spannend, oder, wenn du sagst, tun als ob und irgendwie scheint es ja dann schon eine Verbindung, einen Konnex zu unserem, zu dem Leben des Kindes zu geben, oder, weil es kommt ja dann auch zu Veränderungen, oder? Mhm. Ja. Ist da da zum Beispiel irgendwas in Erinnerung, was dir da so spontan einfällt, wo man wie Veränderungen feststellt, wo du eine feststellt hast mit einem Kind, das, keine Ahnung, vielleicht davor so war und danach anders, nach einem gewissen Therapieprozess? Ja, ich meine, da gibt's Gott sei Dank einige Beispiele, wo sich die Kinder verändern, aber ich denke mir jetzt vielleicht noch einmal so aufs Spiel zu kommen, oder, so was man da sieht und da denke ich immer, was wir relativ oft sehen, jetzt rede ich auch wieder von den Kindergruppen, die wir da machen in der Praxis, aber so Kinder, die halt so immer stark sein müssen und irgendwie so immer, unsere Kindergruppen sind ja sehr wurschenlastig und da sind immer alle die Stärksten und die Wildesten und wir haben da oft fünf Könige und fünf Kaiser und fünf beraten Chefs und so und das ist dann immer ganz nett so zu sehen, wenn alle irgendwie Chefs sein wollen und die Besten, da wird's ein bisschen schwierig und da wird's eigentlich ein bisschen öd und dann so zu merken, dass das einmal ganz toll sein kann, wenn man zum Beispiel irgendwie mal gerade einen Kampf vielleicht, wenn man verletzt wird im Kampf und dann gibt's aber einen Sanitäter oder irgendwen, der anderen hilft. So, also zu merken, wie das auch sei, also dass man einfach eine andere Rolle einnehmen kann und nicht immer nur der Starke sein muss oder dann der Hofnach, also irgendwie sowas Lustvolles dann entdeckt, was jetzt nichts damit zu tun hat, mit diesem ständigen Wunsch und diesem Gefühl, man muss unbesiegbar sein, weil man wahrscheinlich im wirklichen Leben oft diese Rolle nicht einnimmt und das ist dann ganz schön so zu sehen, wenn die Kinder dann sagen, na das war heute toll, wie ich da versorgt worden bin und es war ganz gemütlich in der Höhle drinnen, viel besser wie draußen am Schlachtfeld. Ja. Klingt spannend. Birgit, was wird denn jetzt von der Musik her passen? Oh, da bringt mir jetzt... Ah, dann nehmen wir da, das jetzt zu passen. Da. Just the two of us. Just the two of us. Das ist auch wieder das erste. Aha. Und der Interpret wäre? Bill with us. Bill with us. Bill with us. Sinn. 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 Gedanken. Mit. Sinn. Der persönliche Sinn für mich besteht in der Regel darin, in der Früh zu wissen, warum stehe ich auf und in der Nacht vor dem Schlafengehen zu wissen, habe ich es erreicht. Das ist für mich in der Praxis, ja, das wo ich sagen kann, okay, es hat der Tag einen Sinn gemacht. Ja, Sinn. Sinn. Wunderbarer Sinn. Der Sinn für mich im Leben. Das heißt, das heißt, schreiben, Natur, gebraucht werden im Mundaukreis, Verantwortung übernehmen, wie ich schon gesagt habe. Langlaufen gehen. Es gibt so viele schöne Sachen im Leben. Das ist für mich der Sinn. Sinn hängt für mich damit zusammen, eine Faszination darüber zu empfinden, dass ich lebe und über bestimmte Dinge, die sich eben in diesem Leben befinden und dass man sich darüber freuen kann und inspiriert ist. Sinn. Sinn. Gedanken. 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 Mit. Sinn. Gedanken. 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 Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie erst jetzt eingeschalten haben, Sie hören so die letzten 20 Minuten von der existierenden Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirat 105,9. Sie können diese Sendung entweder live hören, jeden ersten Donnerstag im Monat von 20 bis 21 Uhr oder aber Sie können diese Sendung auch herunterladen, gehen Sie einfach unter www.sinn-los.at. Da ist der Link, dann kommen Sie drauf. Da finden Sie dann auch nähere Informationen zu den zukünftigen Sendungen, auch zu den vergangenen Sendungen, auch zum heutigen Studiogast, ein Link auf die Homepage, wie es meinen sehr interessanten heutigen Studiogast Birgit Teufelberger zum Thema Kinder und Sinn, ja, wie es zu dem Studiogast kommen, genau, wo so die Verbindung ist. Und Sie können auch diese Sendungen nachhören, wenn Sie sie allerdings nachhören, dann ohne Musik, aufgrund von Copyright-Vorschriften, ist nicht möglich, diese Sendungen mit Musik zu hören, also wenn Sie sie wirklich so hören wollen, wie Sie gedacht sind, schalten Sie es live ein. Ja, Sie können auch immer noch anrufen, wenn Sie wollen, ja, also schauen Sie sich nicht, Telefonnummer 0512 56 02 91 11. Jetzt habe ich Folgendes gefunden. Ein Mensch ist immer mehr als das, was ein anderer oder er selbst von sich wissen kann. Das hat niemand anderer als wie Karl Jaspers gesagt. Ja, und da glaube ich, sind wir auch so ganz stark so in diesem Bereich, wo die Birgit Teufelberger erzählt hat, wo es bei Kinder-Kindertherapie immer wieder geht, Neues zu entdecken, sich von anderen Seiten kennenzulernen, andere Rollen einzunehmen. Ja, ganz spannend, wie du zuerst gesagt hast, wenn ich mir das wirklich vorstelle, Kindergruppe und alle wollen unverletzbare Ritter oder Könige sein, keiner ist verletzbar, jeder steht da, wie langweilig das wirklich ist. Ja, und wie du uns gesagt hast, so, wie schön es dann auch ist, sich selber entweder als Sanitäter zu erleben oder auch von einem Sanitäter, wie sagt man denn da? Versorgt. Versorgt, genau. Erst Notversorgt. Notversorgt zu werden, genau, genau. Birgit, du hast ja immer wieder einmal dazwischen gesagt, warte, warte, Markus, ich möchte auch gerne sagen, Kinder und Thema sind. Da hast du dir ja einige Gedanken auch im Vorfeld gemacht. Was ist dir denn dazu eingefallen? Oder was für Fragen haben sich ergeben? Ja, ich habe mir jetzt überlegt, Thema oder Kinder und Sinn und habe mir gedacht, das sind Kinder der Sinn des Lebens. Das ist was, wo ich jetzt gefühlt habe, das kriegt man oft zu hören. Auch wieder so in der Praxis höre ich das oft und denke mir so, es geht mir nicht gut und irgendwie alles ganz furchtbar. Wenn ich nicht die Kinder hätte, dann würde ich ja eh schon lange nicht mehr leben wollen. Aber so, wo man ja sagen kann, das wird oft, denke ich mir, ist es so, dass wirklich die Kinder als Sinn des Lebens gesehen werden. Und das ist was, wo ich mir denke, das ist schon sicher auch schon ein bisschen kritisch und problematisch. Wieso? Nein, weil, weil ich denke mir, Kinder können ein Sinn des Lebens sein, das glaube ich schon. Also ich denke mir so, das ist halt ganz wichtig, ein ganz zentrales Element. Aber ich glaube, wenn sie sozusagen der zentrale Sinn des Lebens sind, dann glaube ich, ist es einfach vor allen Dingen für die Kinder sehr oft auch so sehr schwierig, weil klar ist, für die Kinder sind die Eltern nicht der Sinn des Lebens. Und jetzt spätestens, vielleicht, wenn sie ganz klein sind, schon noch, oder? So eine ganz zentrale Person logischerweise. Aber dann, wenn sie älter werden, oder? Und so den Schritt aus der Familie rausgehen, glaube ich, ist das was ganz Wichtiges zu sehen, dass sich die Welt dann um etwas anderes dreht, von den Jugendlichen und nicht mehr um die Eltern. Und ich glaube, das ist oft so, die Kinder gehen dann außer Haus, oder? Und blicken noch vor und die Eltern hoffen oft an den Kindern und kriegen dann, ja, oder sagen wir, das kann dann vielfältige Probleme wieder irgendwie mit sich ziehen. Aber ich glaube, dann zu sagen, so sich auf das zu beschränken, meine Kinder sind mein Sinn des Lebens, würde noch ein bisschen hacken. Ich glaube auch, so wie du sagst, so zum einen für die Person, die was das sagt, ja, wenn das auf die Kinder fußt und die ziehen aus und dann auf einmal geht das ein Sinnflöten, dann ist die Frage, was mache ich denn dann mit meinem Leben, ja, öffnet sich dann eine ganz zentrale, große Sinnkrise, ja, überwinde ich die oder wohin endet dann diese Krise? Und auch das Zweite, glaube ich, auch diesen irrsinnigen Druck, was sein kann, der dann auf den Kindern lastet, diese Verantwortung, ja. Ich glaube auch, dass es das mehr ist, weil ich denke mir so, dass Erwachsene eine Krise kriegen, oder? Weil der Sinn des Lebens verloren geht, ist ja bei der Arbeit zum Beispiel, ne? Wenn Leute in Pension gehen müssen dann, oder? Und dann wissen sie auf einmal nicht mehr, was sie tun, aber das tut der Arbeit an sich jetzt nichts. Während bei Kindern schaut das natürlich anders aus. Die sind dann in ihrem Blick oder in ihrem, in ihrer Suche nach dem Leben, was ja auch so ein Stückchen immer der Sinn des Lebens ist, denke ich, oder? Schon sehr gefesselt oder eingeschränkt. Das ist ja spannend, das ist von dem her spannend, weil da unterscheidet sich ja ein bisschen so die Sicht von der Logotherapie, Existenzanalyse, von dieser Sicht so quasi der Sinn des Lebens. Da wären wir ja fast so im theologisch-spirituellen Bereich, so quasi, was ist der Sinn unseres Lebens, dass du da bist generell? Weil in der Existenzanalyse, in der Logotherapie würde man eher sagen, so Sinn ist, wenn man es so auf den Punkt bringt, hat es einmal Frank gesagt, die jeweils beste, wertvollste Möglichkeit in der jeweiligen Situation. Das heißt ganz klar so, dass du da sitzt, dass du hier jetzt diese Entscheidung getroffen hast, so quasi diesen Wert hier in der Radiosendung zu sitzen, mit mir zu reden, über einen anderen Wert zu stellen, der was vielleicht auch ganz wichtig wäre, zum Beispiel die Zeit daheim mit deinen Kindern zu verbringen oder ins Kino zu gehen oder was anderes. Das heißt also, dass da sind Entscheidungen getroffen worden, zum einen und es sind Werte verwirklicht worden und genauso auch diese Hinterfragung dieser Werte, auf was für Werten fußt dein Leben, was ist wertvoll, was macht so unter anderem auch so die Würze deines Lebens aus? Ist es mehr zielgerichtet und man sagt, okay, ich gehe arbeiten, damit ich Geld kriege oder sind auch solche Werte zum Beispiel drinnen wie, ich mache das, weil es mir Freude bereitet, weil ich Zeit vergisse, weil ich drinnen aufgehe, weil ich angezogen fühle, weil ich mich angesprochen fühle im Prinzip. Also so diese Dimensionen auch, was hineinkommen. Und die gehen natürlich auch ganz verloren, so zum Beispiel, wie du zuerst gesagt hast, wenn es dann diese Instrumentalisierung zum Beispiel von einem Kind dann so in dieser Ausschließlichkeit dann auch wäre. Also ich glaube schon, dass der Kind schon auch wesentlich dazu beitragen kann, was ich so aus eigener Erfahrung auch, dass das Leben schon auch auf den Kopf gestellt wird, so wie ich es erlebe, im positiven Sinne durch ein Kind und die Augen wieder und das Herz und alles andere wieder neu geöffnet wird auf ganz was anderes hin. Und trotzdem, wenn es nur das wäre, dann glaube ich, wäre es eine extreme Überlastung dieses Kindes. Was ich da auch noch gefunden habe, ist so, auch von diesem Bereich herausgegeben von der Frau Eva-Maria Weibel. Eva-Maria Weibel ist eine Erziehungswissenschaftlerin, also da sind so Ähnlichkeiten zu dir, auch eine Psychotherapeutin, allerdings so diese Richtung Existenzanalyse. Existenzanalyse. Und die schreibt in ihrem Buch, dass es ganz, ganz wesentlich darum geht, das Kind zu verstehen. Also verstehen als ein wichtiges Element, dahinter zu kommen, warum ist das Kind so, beziehungsweise so das Kind in seinem So-Sein, wie es ist, zu verstehen. Und da schreibt sie ihm so drei wesentliche Punkte, verstehen in seinem Sein und So-Sein wertschätzen, als wesentliches Element des Verstehens, in seiner Potentialität zu erkennen, also das was sein kann, da wo auch so die Möglichkeiten drinnen stecken, in seinen Wertschätzen, in seinen Werten zu sehen und in all dem ganz ernst zu nehmen. Das heißt für sie so, verstehen in dem Bereich von, ja, Umgang mit Kindern. Was sagst du dazu? Ja, ich denke mir, das trifft sich ganz gut. Also das kann ich alles auch unterschreiben. Da denke ich mir, das sind ganz wichtige Elemente. Dem hinzufügen kann ich vielleicht das, das ist, denke ich mir, was auch in der Arbeit ganz wichtig ist, nämlich in der Elternarbeit dann, weil es ja oft darum geht, die Kinder in den Bereichen zu unterstützen. Aber nur mal, also das ist der Teil, den ich in der Therapie übernehmen kann und nur mal wichtiger ist, aber dann so zu schauen, diese Dinge auch wieder in die Familie reinzubringen, nämlich sozusagen, ich habe das Gefühl, das ist oft so Übersetzungsarbeit, die ich als Therapeutin da leiste, nämlich sozusagen den Eltern versuchen zu vermitteln, wo steht das Kind in seinem So-Sein. Oder sie schreibt da, die Weibel schreibt, die Potenzialität zu erkennen, ich würde sagen, so diese Ressourcen und die Stärken von Kindern zu erkennen und das irgendwie den Eltern auch wieder vermitteln oder dem Umfeld des Kindes, wo es ja ganz oft verloren geht und da wieder einfach positiv drauf zu schauen, auf das, was es da gibt und was zu Themen vom Kind sind und was ein Kind einfach braucht. Jetzt sind wir ja schon wieder am, fast, sagen wir mal, ein paar Minuten haben wir noch, am Ende der heutigen Sendung angekommen. Meine Damen und Herren, dass ich es nicht vergiss, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es auch wieder heißt, der existierende Mensch. Dann wird es sein, da muss ich jetzt gerade meinen Kalender ein bisschen platteln, genau, dann wird es sein, der 6. März, auch wieder von 20 bis 21 Uhr, da wird es auch wieder um ein interessantes Thema gehen. Es wird um das Thema Computer, Computerspiele und Sinn gehen und mein Anliegen ist da ein bisschen vielleicht von dieser extrem negativen Sicht, dass diese zwei Dinge haben, vielleicht auch zu einer anderen Sicht zu kommen, beziehungsweise beide Seiten aufzeigen zu können. Auch die Potentialität, zum Beispiel von Computerspielen aufzuzeigen. Auch dann wieder einen Fachmann zu diesem Thema, hier bei mir in der Sendung, Thomas Schrettl, mit sehr vielen Erfahrungen in diesem Bereich als Programmierer und so weiter. Aber da kommen wir das nächste Mal dazu. Wenn Sie mehr auch hierzu wissen wollen, gehen Sie auf www.sinn-los.at Birgit, was wäre dir am Ende von der Sendung vielleicht, also so abschließende Botschaft für die Hörer, Hörerinnen, wichtig? Seien vielleicht Kinder was zuhören, vielleicht Jugendliche, aber ich glaube auch einige Eltern, die was an den Radiogeräten sitzen. Was wäre dir wichtig? Das ist jetzt vielleicht ganz was Blödes, aber ich denke mir so, ermutigen, was Neues auszuprobieren, weil es schlussendlich dann ganz lustvoll sein kann. Das kann jetzt, sage ich, zu einer Sendung an sich, weil ich wirklich einen Bammel gehabt habe, man dachte, na bitte im Radio, was sage ich denn und und und. Und Lieder oder was für Lieder, lasse ich denn da vorspielen. Und ich merke jetzt, indem da sitzen und so ein bisschen mit dir zu quatschen und meine Lieder mir anzuhorchen, ich finde das eigentlich ganz toll. Und kann nur ermutigen, ja, Sachen zu tun, wo man vielleicht das Gefühl zu, ah, Hilfe, Hilfe. Und dann irgendwie aber das Lustvolle daran zu entdecken. Ja, und da passen ja, glaube ich, Lieder, so wie du jetzt sagst, total gut einige. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wenn sie Kinder haben, haben sie ihnen vielleicht einmal die Lieder, die Lieblingslieder ihrer Kinder einmal angehört? Oder haben sie gleich vielleicht die Anzug gemacht, na bitte, was hast du da? Vielleicht auch nochmal in diese Richtung auch anhören, in die Richtung des Verstehens anhören. Vielleicht auch das Kind fragen, was gefällt dir denn so gut an diesem Lied? Was spricht dich denn an da dran? Birgit, vielen Dank, dass du heute hier in der Sendung warst. Bitte, sehr gerne. Ich sage auch danke für die Einladung. Möchtest du zum Schluss noch jemanden grüßen? Du hast ja von deinen Kindern geredet, keine Ahnung, ob die zuhören. Ich habe auch keine Ahnung. Ich hoffe, die eine schläft schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.